Musik Durch zwei Minuten, dann sammle ich den Test ab. Herr Professor, wie ist diese Frage gemeint? Musik 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 Oh, das ist schlaz. Da ist deine Freunde. Ich geh jetzt mal rein. Ja, ich auch. Tschüss. Du weißt schon, das war die Krankheit nicht so toll, nach wie der Moritz vorbeigegangen ist. Wir wissen ja alle, dass er keine Freunde hat. Bitte sag's ihm nicht so direkt. Wir wissen alle, dass die Wahrheit ist, aber bitte sag's ihm das nächste Mal nicht so. Noch zwei Minuten, dann sammle ich den Test ab. Herr Professor, wie ist diese Frage gemeint? Das war's für heute. 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 Herr Professor, ich habe nicht für den Test gelernt. Das ist schlecht. Aber könnte ich nächste Stunde den Test wiederholen? Ja, okay. Ausnahmsweise. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke. Ich rechne dich sehr gut an. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich danke dich, dass du sehr gerne bist. Glück. Wir retten dich gut vor. Tschüss. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020